Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herren Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Wer bist du und wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Mein Name ist Daztebdaon. Was heißt das? Das ist mein Titel. Jedes Mal, wenn du der Kirche etwas spendest, lässt Innos durch mich den Dazteb erklingen. Ich will den Dazteb hören. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich ihn hören, ohne etwas zu spenden. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Ich schweige denn den Dazteb erklingen lassen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Na, wenn das so ist, wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Innos, du bist das Licht, das dem Pfad der Gerechten erleuchtet. War das etwa schon alles? Wo ist der Dazteb? Nun, ne? Innos, segne diesen Mann, böse sein Licht wieder erleuchten. Innos, segne diesen Mann und dein heiliges Feuer ihn erwärmen. Digga, what the fuck? Du kannst jederzeit spenden, wenn du genug Gold dabei hast. War schon ganz geil eigentlich. Segne mich noch einmal. Hier sind 100 Gold. Ich hoffe, der Drup ist diesmal noch ein bisschen fehlt hier. Ah, ich... Innos, segne diesen Mann. Innos, segne diesen Mann. Hier! Innos, erleuchte diesen Mann, sodass er den Dazteb fühlen kann. Bruder, das war richtig heftig. Kannst du mich nochmal segnen? Die Quelle des Dazteb ist erschöpft. Komm morgen wieder, mein Sohn. Ach komm, ich wette, Belia kann auch schmutzigere Protz raushauen. Wenn du mich nicht segnen willst, dann gehe ich halt zu irgendeinem Schattenpriester. Warte, zu viel Dazteb kann ein ungeschulter Geist nicht aufnehmen. Der Drup könnte zu stark sein. Aber auf eigene Gefahr und 150 Goldstücke mache ich es. Na geil, hier ist dein Gold. Ich hatte ihn gewarnt. Der Dazteb war zu stark. Warte, zu viel Dazteb war zu stark. Vielen Dank.